ist doch ein pilast oder? ja netter Flussku gut, alle Sprungzwerge ja schön, dass egal was passiert, diese riesen 180 Grad die Gradwände kriegen sie immerhin Jungs, ich komme zu euch ich will an die Kippe, wo du stehst, jetzt kann ich hier oben springen ja, das habe ich eben geschafft, das geht zumindest hier also ich kann ja auch noch bei uns sehen, ich wage mal jetzt den Versuch und äh fuck oh oh, scheiße oh, was kommt hier denn alles? oh, woher? ja, und was macht Till? oh was macht Till eigentlich? ja, Leute, wer das doch hängt richtig, guck mal was oh oh pfff pfff oh 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 das hätte vielleicht nicht bleiben sollen was ich machen soll ja ja ha oh ha 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 Vielen Dank.